So, aus wie eine Biene oder so? Ja, irgendwie. So. Ein bisschen gerade hinsetzen. Ja, aber jetzt geht's hier wieder runter oder was? Also, dass das so lange dauert, den... Ah, oh, hier, hier, das muss ich abbauen. Okay, hier sind Fackeln, ich glaub hier... Ich glaub, die sind immer weit. Ach, ja, das ist das, wo wir anfänglich draufgebeamt haben. Oh! Ah, ja, ja, dann sind wir gleich da. Oh, Gott sei Dank. Hoffentlich ist... Hallo, Heinrich. Das ist der Heinrich, hallo Heinrich. Mit der Tolle. Oh. Aber viel ist noch nicht angewachsen. Nee. Was hab ich denn jetzt hier noch zu futtern? Ein bisschen Mais hab ich noch. Was ist das? Kakaoschote. Aber das kann ich nicht essen. Ach, Mensch. Warte mal, hier. Doch, Bären gibt's. Oh. Weizen. Weizen auch. Warte. Wie kann man Brot herstellen? Äh, bestimmt mit dem Ofen oder so. Ist das mal. Ich hab dir da was hingeworfen. Okay. Und da auch. Okay. Ich muss zwar selbst auch grad gucken, aber... Sonst gar nicht anders geht. Ich hab bestimmt was auf dem Schiff. Weiß ich, beam ich mal ganz kurz nochmal hoch. Guck nochmal, ob ich noch was auf dem Schiff hab, ja? Jawohl. Oh, ich kann Popcorn machen. Ach, cool. Mit dem Mais, ne? Ja. Hätte ich nicht gedacht, dass das mit dem Essen so... Aber es ist... Ich find's auch cool irgendwo, dass man da auch so gezwungen ist, sich echt... Nee. Ich hab echt nichts mehr zu futtern auf dem Schiff. Alter. Ja, jetzt verrecken wir. Wir sterben einfach elendig. Weil wir... Weil wir, äh, kein Essen haben. Reis oder so? Kakao, Samen. Hopp. Ich geb dir mal Popcorn. Warte. Und wieder unten bist. Ja. Samen. Weiß, ne? Ich hab nur Samen. Ja, aber du bist ja auch... Du bist ja auch fast wieder hungrig, ne? Also so die Lösung ist das nicht. Was hat der denn da? Der hat da Brot. Was ist das? Was ist das? Ja damit. Siehst du das? Das ist doch vornehm. Ja. Ich guck mal. Was ist das? Nee, ist irgendwie nichts Interessantes, glaub ich. Ach so, warte. Hier. Ah. Cool. Ach, es macht sogar relativ viel. Ne, also hier kann man schon mal kein Brot backen. Also sonst müssen wir gleich mal auf meinen Planeten, also auf meinen... Ja. Müssen wir auf meinen Planeten. Auf den Planeten, der halt bei mir unter meinem Schiff ist. Weil da gab's auf jeden Fall Kartoffeln. Ich weiß noch nicht, ob ich die dummerweise direkt komplett mit Pflanze abgebaut hab. Aber da können wir ja auch nochmal gucken. Weil die Kartoffeln, da können wir halt Ofenkartoffeln machen. Die bringen bestimmt viel. Ja. Besiegen bestimmt den Hunger. Ich guck auch nochmal wegen Samen. Einfach mal alles querbeet, ne? Ist ja egal. Ja. Was ist das? Weizen Samen, okay. Und Kakao Samen. Ich brauche mal kurz nichts. Was ist das? Ist das auch noch? Kann man die gießen? Ne. Oh, jetzt hört's wieder an zu regnen. Ich wollte grad schon gießen. Sehr gut. Ich guck mal, ob ich noch irgendwas im Ofen machen kann. Hoch. Was geht denn da noch? Eisenbahnen kann ich machen. Toll. Papier. Ein bisschen Papier essen. Oder Eisenbahnen essen. Oh, da kommen Monster. Wenn du eine starke Zähne hast. Eisen braucht der Körper auch, ne? So ist es ja nicht. Richtig, ja. Stimmt. Sterbt alle. Oh, ich bin fast tot. Ich leck mich mal eine Runde schlafen. Ja. So. So. Bam. 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 Oh. Jetzt hast du auch wieder Hunger, ne? Ja. Ach, Mensch. Dass es mit dem Hunger so ist. Das ist schon... Der ist echt heftig, ja. Da ist man gar nicht drauf vorbereitet, dass man so direkt... Guck mal, der Mais, ist der schon fertig? Links? Sieht irgendwie so aus. Versucht den mal abzubauen mit E. Nö. Nö, scheiße. Aus Frustration bis in die Tür auf und zu machen. Wir haben keine Tür. Ja, wenn man jetzt vor Hunger stirbt, ne? Dann, ähm... Ist man immerhin wieder neu aufgeladen. Das stimmt. Wenn's gar nicht anders geht, müssen wir warten, bis wir sterben. So brutal das auch klingt. Der Heinrich. Heinrich, was willst du denn hier? Heinrich, hau ab. Heinrich. Ich glaub ja, ich glaub, es hackt. Heinrich. Der setzt sich hier auf dem Stuhl ans Lagerfeuer. Der Heinrich. Ich glaub... Sind wir gastfreundlich? Ich weiß nicht. Geht nur gegen Essen. Essen, ja. Essen. Wusste ich gar nicht. Man trifft den nicht. Krass. Ja. Also es ist wahrscheinlich echt... Dann hängt das mit Klauen und so zusammen. Also ich... Ich... Halte das Piepen jetzt einfach aus und... Guck dann, dass ich... ...sterbe. Pass mal auf. Höh? Ach, das warst du gar nicht. Ich hab ihm gedacht, was lacht der denn so komisch? Was war das denn? Das sind diese Viecher, die man wirft, ne? Ja. Ist ja lustig. Was macht er denn da? Äh. Ach, der wärmt sich. Der wärmt sich am Lagerfeuer. Das ist unser Lagerfeuer. Wir sollten hier auch zubauen. Hier kommt Regen rein. Ich baue das mal zu. Mach mal zu da. So oder so besser. Dann kommen auch keine Monster. So. Dann baue ich hier noch ein bisschen drüber. So. Nur so. Gerade so. Das ist nicht hübsch. So. Jetzt hübsch. Ähm. Ja. Ja. Ich gehe mal auf mein Schiff. Ja. Entleer mich mal, weil wenn ich verrecke, dann habe ich wenigstens alles da. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich mal auf mein Schiff errecken kann, aber eigentlich schon, ne? Ja, doch, doch. Da habe ich wenigstens meine ganzen Materialien da hingerauen. Das müsste jetzt jeden Moment passieren. Ich baue mal eben noch mal so lange meine Treppen um. Tja, so ist das Leben, ne? Tja, so ist das Leben, ne? Tja, so ist das Leben, ne? Tja. Oh, jetzt verhungere ich. Ja. Nein. Nein. Ich. So voll brutal, voll geplatzt, wie so ein Hamster in der Mikrowelle. Entschuldigung. Was? Was? Was denn? 30% meiner Pixel verloren. Oh, ähm, scheiße. Ja gut, das wird mir dann gleich auch wieder fahren. Ach, alles gut. Die Pixel sammeln wir schon. Alles gut. Ich weiß, es tut weh jetzt. So ein bisschen. Vor allem, wenn es Plopp macht. Äh, ja. Also da, bist du auf dem Planeten gestorben? Ja, ich gehe jetzt wieder hin und hole das auch. Ja. So. Du verhungerst. Es ist selbstverständlich, dass du dir sofort etwas zu essen besorgst. Und es konsumierst. Nee, sorry. Plopp. Kaputt. 30% der Pixel verloren, ja. Sieht cool aus bei mir. Wie sieht das denn bei dir aus, wenn du wieder entstehst? Habe ich gar nicht geguckt jetzt gerade. Ach so. Bei mir ist das so, da kommt so ein Blitz auf den Boden. Ja. Dann kommt da so eine Pflanze raus und aus der Pflanze kommt so ein Plopp. So ein, weck so ein, weck so ein, ja, so ein Kokon. Und dann geht der auf und dann komme ich da so schleimig raus. Wie? Ja. Voll cool. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das bei dir dann. Müssten wir mal gucken, wie das bei dir aussieht. Müsst ihr mal gucken. Es war bestimmt das letzte Mal, wo ich geschaut habe. Ja. Geht uns beiden ja so. Also, ich komme auch sofort wieder runter. Ich möchte nur eben das, was ich hier begonnen habe, kurz zu hinterbringen. Alter, perfekt. Was sagst du da? Perfekt, perfekt, perfekt. Warte. Ich komme mal kurz zu dir. Ja, von dir auch. Ich habe noch nicht was für dich. Oh, ein Geschenk? Ein Geschenk? Vielleicht, weiß ich noch nicht. Ich freue mich. So. Äh, hier. Was ist hoch? Ach, Mist. Warten. Ich brauche noch was. Ähm. Was brauchst du? Ich brauche Baumwolle. Hast du mir ein Bikini gemacht oder sowas? Ja. Sehr schön. Vielen Dank. Oh. Eine Kartoffel ist gewachsen. Ah, ja, perfekt. Kartoffeln sind supi. Ja. Oh, da kommen wir nicht hoch. Ach, der Günther steht mir gerade im Weg. Günther. Geh doch mal aus dem Weg. Günther. Boah, bei mir in dem Inventar, so in dem Schiffsinventar, wird es tatsächlich langsam eng. Echt? Ja. Was ist das denn? Setzling. Achso. Es wird langsam eng. So, das Schiffsmodul. Das war alles mal hier. Das kam mit. Also dieses Vieh, das sich nochmal teilt, das ist echt ätzend. Ist unfreundlich, ne? Unfreundliches Vieh. Wirklich. So. Aha. Aha. Oh. Was ist mit der Treppe? Da muss ich dann erstmal gucken. Jetzt muss ich kurz... Alles gut, ich bin selber gerade. Warte, ich bin... Mach gerade meinen... Ja. Ich mach mal allein dein Schiffscher. Genau. Ach, schade. Ja, guck mal. Das ist doch schön so. Jetzt mach ich hier oben noch ne Latengen hin. Mal Latengen. Ne Latengen. Und dann hab ich das doch schon mal hübsch hier. Was ist denn hier mit? Kann ich das auch irgendwo hin tun? Ach. Cool. Plöpp. Bisschen Blümchen noch in die Ecke gehauen. Super. Ja. Das ist doch wunderschön hier. So. Hm. Oh. Warum sieht man die jetzt nicht? Vielleicht eine Faser. Ach so. Brauchst du Fasern. Warte. Hab ich. Kann ich dir bringen. Ach, hast du. Hab ich. Warte. Komm runter. Sekunde. Sekunde. Sekunde, Sekunde. Ich hoffe, ich bin bald wieder da. So. Hab ich noch irgendwas, was ich mitnehmen muss hier? Fasern zum Beispiel. Äh, ja. Fasern, genau. So. Giftprobe. Ich hab ne Giftprobe. Ballerina. Du lügst mich doch an. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Quatsch. Der macht da ständig so Pioreten. Okay, ich komm. Ich komm mal erst mal zu deinem Schiff und dann. Komm ich zu dir auf den Planeten. Ach, guck mal. Hallo. Wie hieß deiner? Wie hieß deiner noch? Eugen. Hallo Eugen. Eugen. Na? Der ist direkt angerannt bekommen, als ich auf dein Schiff gekommen bin. So. Ich komm mal. Bin auf dem Weg. Oh, ich glaub, der Vogel stirbt gleich. Der Vogel? Welcher Vogel? Oh, was ist denn hier los? Oh. Neues Quest? Nee, nee. Ja, ach, hast du? Ja, bei dem Vogel, aber ich nehm's jetzt mal nicht an. Ach so, du bist bei dem Vogel. Echt so weit bist du gegangen wieder? Ja, ich war auch so. Was? War dir langweilig? Auch, nein. Ich wollte einfach nur... Faser. Jetzt kommt der nicht mal. Leck mich doch. Zwei Stück hab ich gefunden. Eine brauch ich noch. Fasern kriegst du durch Lianen. Echt? Ja. Aber mach keins noch. Doch. Ne, 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 nicht, äh, Dingsfasern, sondern, äh, so Baumwollfasern. Ach so. Äh. Okay. Nur die... Die hatte ich aber, die habe ich aber, glaube ich, auch. Warte mal. Scheiße. Alles okay? Ja, noch. Ich bleib mal kurz hier bei unserem Lager, ja? Ich gieß mal kurz die Blumen, weil es ist ganz dresch. Ganz drisch hier, ganz trocken. So. Boah, Heinrich, geh weg. Ich kann dich nicht sehen. Ich mag dein Gesicht nicht, Heinrich. Deine Frisur mach ich nicht. Jetzt fängt es gleich wieder an zu regnen, pass up. Wenn ich fertig bin hier. Ja, genau. So wie das immer ist, ne? Wie ist das mit dem Auto gerade gewaschen, ne? Da fängt es an zu regnen. Na, regnet es genau. So. Ah, überall diese Viecher. Es ist jetzt auch gerade duster. Du musst aufpassen. Ja, das stimmt. So. So, dann gehe ich mal eben nochmal auf mein Schiff, weil ich glaube, ich habe Bombeufasern. Bombeufasern. So, ich schau mal. Bombeufasern. Ne, aber eine nur. Eine. Eine Baumwollfaser. Ne, zwei. Zwei. Das. Ich habe das. Das gibt es auch nicht. Kommst du zurück zum Lager? Ja. Wenn du zurück zum Lager kommst, dann kriegst du die. Aber nur dann. Nur wenn du lieb bist. Und zurück zum Lager kommst. Da. Bin ich überhaupt? Zweifelsfall linksrum, denke ich mal. Ne, ich glaube, ich bin jetzt so weit gelaufen und rechts ist kürzer. Echt? Bist du echt fast wieder am Planeten rum? Ach, Quatsch. Ja, ich glaube. Sonst, weißt du, was du auch machen kannst? Zurück auf deinem Schiff und dann wieder auf dem Planeten. Dann bist du ja in der Nähe. Ach stimmt. Oh, ich habe noch so eine Kapsel. Oh, ja, geil. Cool. Was denn? Was denn? Ich habe so eine Kapsel, die wir mal gefunden haben, wo es sich so gedreht hat. Ja. Und ich habe fast kein Leben mehr gehabt. Da habe ich gedacht, okay. Gehst du mal hin? Kommt ja gut. Ja, geil. Und es kam vorher raus. Es kam... Ne, echt? Ja. Ach, da sind das so Überraschungsdinger wahrscheinlich. Ist ja kaka. Ich habe eine Faser gefunden. Jetzt such die nicht. Ich habe die hier. Komm zurück zum Lager. Nicht, dass du noch hier Hunger kriegst und alles, weißt du? Mhm. Oh, hier, Fleck wächst und gedeiht ist. Das ist schön. Geil. Ich kann schon wieder gießen. Töp, 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 töp. Oh, ich habe ein Hähnchen. Oh, ja, das hatte ich ja auch. Ist gut. Ach, ich habe ja auch noch diesen Jagd, diesen Jagdspeer. Da muss ich ja mal gucken, ob ich damit tatsächlich die Monster jagen kann, sodass ich da Fleisch erhalte. Das geht bestimmt. Der Heinrich hat sich in eins unserer Zelte gelegt. Oh, der Heinrich, ey. Der ist kackendreist, der Heinrich. Kackendreist. Naja, ich habe, ich nehme auch gerade mal eine Mütze voll Schlaf. Ja. So. So. Bin ich jetzt bald mal wieder da. Ach. Sie sind aber jetzt richtig weit vorangekommen, oder? Naja. Dauert halt, oder? Waren diese bescheuerten Vögel oder was das hin? Wie gesagt, alternativ gehst du auf, äh, gehst du auf dein Schiff und beamst dich wieder runter. Dann geht das auch. Oh. Oh, ich habe gerade was abgebaut, was ich gar nicht wollte. Und ich habe die Erde zerstört an der Stelle. No. Entschuldigung. Ich habe keine Hacke, da kommst du dann wieder. Oh, scheiße, schon wieder. Ich habe, hä, ich will doch die... Ach, ich hatte einfach das falsche Gerät in der Hand. Und ich habe den Gerät hier diesen Materie-Manipulator das vorsehen benutzt. Aber können wir ja direkt wieder hinbauen dann. Also, wir sind eh Möhren. Ach, guck mal. Wir sind da. Moin. Siehst du hier, hier so und da drüben habe ich es kaputt gemacht. Ach so, ja, warte, mach ich gleich. So. So, dann gebe ich dir mal die Baumwollfasern. Was willst du denn damit machen? Ja, jetzt habe ich schon. Ach so. Jetzt ist noch eine Lücke, musst du gleich mal nochmal gucken. Eine Lücke ist noch da. Ganz links. Reiß. Ich habe Reiß. Ganz links. Ja, ganz links. Oh. Ich habe jetzt auch gerade nur noch, tatsächlich nur noch Essen. Gott sei Dank. Ich habe keine Samen mehr. Nix mehr da. Keine, ne? Ne. Jetzt mach Samen. So, Reiß. Kann ich einmal herstellen. Und... Und gekochte Perlerbsen. Kann ich auch einmal herstellen. Äh, zweimal herstellen. So. Geil. Ja. Schon mal wieder ein bisschen... Oh, geröstete Karotte. Aha. Wo? Wo ich... Ja, wenn du Karotten erntest. Ich mache das mal einfach. Ich gebe dir dann Popcorn. So. Ich habe... Ah, ich kann mir eine Backkartoffel machen. Ja. Sieht doch schon gleich viel besser aus. Einmal gestorben. Da geht es gleich... Es sieht gleich viel besser aus. Alles fängt von neu an. Alles fängt von neu an. Einfach ein Neustart. Das sieht doch schon gut aus hier. Und weg ist er. Mhm. Ich mache jetzt was. Du machst jetzt was. Ach, du hast ja gesagt, ne? Mhm. Jetzt bin ich mal gespannt. Oh Gott. Machst du hier ein Catsuit? Kommst du da mit runter? Überraschung. So. Was kann ich denn noch so herstellen? Schnur. Ich kann ganz viel Schnur herstellen. Ich mache einfach mal ein bisschen Schnur. Gewebe. Ach, es geht alles aus den Fasern. Was kann ich denn damit am Anfang? Blaues Blütenblatt. Leere Flasche. Ach, man kann wirklich auch Klamotten herstellen. Okay. Schlichtes T-Shirt. Alles klar. Das ist aber alles zu langweilig. Ich glaube, ich weiß, was du gemacht hast. Ich weiß, was du gemacht hast. Wo ist es? Wo hast du es hin? Ich weiß, was du gemacht hast. Du hast ein Teddybär gemacht. Stimmt's? Gar nicht wahr. Doch, bestimmt. Doch, bestimmt. Zeig mal. Zeig mal. Ich hab's nicht. Oh, dafür braucht man Fasern. Hast du ihn bei dir auf den Dings gestellt? Nein. Aufs Schiff. Ah. Du musst auf dein Schiff mal kommen. Ah, na. Du bist ja süß. Was? Warte, ich gucke. Ich komme auf mein Schiff. Ah, ist alles zerstört. Überraschung. Oh, ja. Dankeschön. Wie schön. Sieht schon viel besser aus jetzt. Ja. Voll schön. Ein Teddybär. Das ist aber lieb. Das ist auch das Wichtigste. Das kommt noch vor Hunger, vor Essen und vor allem anderen. Erstmal Teddybär. Ja, jetzt ist mein Schiff natürlich wunderschön. Also, es hat auch echt noch gefehlt. Genau. So. Ach. Wo sind die Fragmente? Fragmente. Fragmente. Hier sieben Stück. Wie viele hast du? Äh, Moment. Ich habe elf. Ah, da brauchen wir noch zwei Stück. Ja. Okay. Ich würde aber gerne gerade mal gucken. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht, wie das geht. Das geht wahrscheinlich eh noch nicht. Dieses Modul. Das hattest du jetzt noch gar nicht ausprobiert, ne? Für das Schiff. Ne, ich glaube, es geht noch gar nicht, oder? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Navigation offline. Ja. Ja, geht wahrscheinlich echt noch nicht. Ja, geht noch nicht. Ach, Günther. Du hast so süße Ohren, Günther. Äh, was sagst du gerade? Kernfragmente. Ja, dann müssen wir jetzt tatsächlich, ich weiß nicht, ob wir noch warten sollen, bis wir noch ein bisschen zu futtern haben, weil wir müssen wahrscheinlich ja dann in das, äh, in das, äh, in das, äh, in das, äh, in das Innere vom Planeten. Ja. Ja. Willst du noch mal auf, äh, meinen Planeten mitkommen? Ja, können wir machen. Wollen wir da noch mal gucken, was da so geht. Ja. Ich hab ein bisschen Essen jetzt dabei, zur Not. Müssen wir ernten. Kakao-Samen. Ach, brauche ich doch nicht. Egal. Moin. Oh, hast du Hunger? Ja, aber ich hab was, ich hab was. Okay. Na dann. Ich spiel mich runter, ne? Jawoll. Scotty, beamen. Beam me, beam me down. Ich bin hier, ich warte auf dich. Und jetzt hab ich auch Hunger. Ja, ich ess mal was. Geröstete Karotte. So. Ja. Guck mal rum. Rechts, links. Äh, rechts rum. Rechts. Rechts rum. Oh, vielleicht auch nicht. Ich hab hier. Oh, oh, Gegner, Gegner, Gegner. Gegner, Gegner. Ach so, ich wollte hier mal, pass auf, ich probier mal. Ich hab ja so ein, wo hab ich denn hin? Ich hab ein Jagdsperr. Ich weiß jetzt nicht. Oh. Das hab ich, glaub ich, auch. Es kann jetzt. Ich hab Datenpfeile. Ich weiß jetzt nicht, ob das vielleicht. Oh Gott, da oben ist voll das große Monster. Da links, siehst du, oh Gott. Hat sehr gut geklappt. Ja. Das hat, das hat auch grad vibriert irgendwie, als der da lang gelaufen ist. Also mein Bildschirm hat so gewackelt, als ob der ziemlich schwer ist. Ich geh hier unten lang. Wo willst du hin? Oder? Ja. Oh, was ist das denn links? Guck mal. Links? Ja. Äh, rechts, ja. Ich bin eine Frau, ich weiß ja hier. Ich bin eine Schwäche und so. Oh, scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, 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 oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Schön. Gut gemacht. Jetzt ist es völlig hoch. Ja, ach, egal, oder? Das ist gar nichts, das ist einfach nur eine Ruine wahrscheinlich, ne? Da komm eine Ruine, okay. Du willst die alle killen, ne? Du bist nur aufs Töten aus. Dabei bin ich doch hier die Halb-Fluralerin. Du bist doch ein friedliches, ein friedliches, ein friedliches Jedöns. Okay, nächstes Mal rede ich mit dem, äh, Ja, Entschuldigung, kann ich mit ihm... Hallo, könnte ich mit ihm mal... Au, äh, kann ich mit ihm... Wie schieße ich das denn? Kann ich, kann, okay. Äh, ich weiß gar nicht, wie das geht. Oh. Oh Gott, wie funktioniert das? Oh, äh, ach krass. So geht das. Oh. Äh, und weg sind sie, okay. Scheiße, waren halt auch noch ein paar. Oh, warte mal hier, oh, komm mal her, komm mal her, komm mal her. Ich muss dir was zeigen, komm mal her, komm, komm, komm. Was war das? Komm mal hier, komm mal da unten. Guck mal, da drunter. Oh, manipulator-Modul. Oh, geil. Eisenkiste. Und hier sind irgendwelche Knochen. Oh, ich nehm ein paar Knochen mit. Damit mach ich mir das, die Wohnung hübsch. Auf jeden Fall. Ja. Ich bin ja, wie du sagst, ich bin ja Floranerin, ne? Ich hab ja auch Knochen vorne auf meinem Schiff drauf. Stimmt, 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 ja, ja. Passt. Ja. So, auch noch ungarisch. Ich weiß. Und hier artifact. Okay. 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 Ich bin ja so leicht.